Hallo und willkommen zurück zu Star Trek Online. So, wir hatten ja letztes Mal die eine Mission bei... bei KKKKKKKKKKKKKKK... Wie ist die gleich nochmal? 13 glaub ich war das, ne? Super, steht nicht dran von draußen. Äh... Kriegen wir hin? Was war? Keine Ahnung. Aber es war glaub ich K13, wenn ich nicht hoffe. Steh aber nirgendwo dran und sowas. Ist ne Raumstation, interessiert keinen. Brauchen nicht auf ne Land... äh... auf ne... naja... Sternenkarte. Egal. Und... Wir haben jetzt endlich einen Wissenschaftsoffizier. Und... Wir verlassen jetzt das System. Ich weiß noch nicht mal, ob ich in die richtige Richtung fliege. Vielleicht sollte ich erstmal die Mission annehmen. Ähm... Die Dinge mit Tholians zu heißen. Die Monitor-Stationen entdecken große Flüte-Movementen in der Federations-Space. Und sie verfolgen alle unsere Diplomatik-Hale. Wir machen alles, was wir können, um eine Krieg zu verhindern. Aber es sieht nicht gut aus. Ich möchte, dass Sie eine Task-Force zusammenkommen. Wenn das nach vorne geht, dann möchte ich meine besten Leute auf der Frontline, wenn es passiert. Und das ist ja... Ja... Ha 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 ha... Immer diese Tholianer. Mal wieder. Wer Star Trek schon... Online schon ein bisschen gespielt hat, der hat schon mal öfter mit ihnen zu tun. Also... Leben wir an. Los geht's... äh... Die Féderation sollte nicht mit den Tholians mit diesem Punkt in der Zeit haben. Ich habe die Zeitlinie geschnitten und glaube ich habe das Problem gefunden. Zwei Jahre vorhin, eine Tholian-Kolonial-Fleut wurde zerbrochen. Die Tholians blämmten die Féderation. Und die größten Hustilien haben letztendlich uns hier geholfen. Das ist etwas, das ich deine Hilfe benötige, um zu korrekt zu werden. Ich habe das Inzidenz in Frage festgestellt. Der Temporal-Transponder hat zwei Jahre zurück. Wir brauchen die Zeitlinie während der Defiance-Kontur mit den Tholians. Ich weiß, was wir reisen jetzt zwei Jahre in die Vergangenheit? Immer diese Zeitreisen. Was hat es bloß mit diesen Science-Fiction-Serien und ihren Zeitreisen? Es gibt keine ohne. Irgendwann kommt immer eine Zeitreise. Ob es nun Stargate ist oder Star Trek oder... Obwohl, ich glaube, bei Star Wars gab es noch keine. Für Zeit, wa? Oder ich? Nee, ich glaube, bis Star Wars gab es keine. Naja gut, ich kenne die ganzen Trick-Serien nicht und so weiter. Alle. Wer weiß, vielleicht gab es da auch schon Zeitreisen. Das kann natürlich sein. So wie es aussieht, fliegen wir hier in irgendein Nebel. Würde ich auch reinfliegen. Das Bild ist sehr ermutigend. Also. Los geht's. Mit einem Ladenbildschirm. Oh. Wir sind in 2268 und nicht einen Moment zu schnell. Die Na'kuhl sind sicherlich aus für Blut. Tholians sind ziemlich xenophobisch. Sie fühlen, dass die Federung hier ein Teil des Problems ist. Auf die Bildschirm. Auf die Bildschirm. Wir sind in einem wirklich festen Ort. Die Tholians waren sehr schwer. Die Tholians mussten uns von ihnen erzählen, wenn wir die Situation haben. Ich empfehle, dass sie ihre Fragen haben. Ich empfehle, dass sie ihre Fragen haben, bis die Situation hier ist. Auf die Bildschirm. Schön zu sehen. Wir sind in einem wirklich starken Ort hier. Die Tholians wurden in einem sehr starken Beziehung, als wir in der System kamen. Und die anderen Schenken haben auf uns auf uns geöffnet. Sie haben uns eine Hand geöffnet. Sie haben uns eine Hand, bis wir herausfinden, was passiert. Sie haben uns aufgeben, die dritte geöffnet. DAGNA, bis die Schenken hier in einem kleinen Battag. Sie haben uns verhaftet. Sie haben uns vorbekannten Schläten gewöhnt, dort hat sie mit der Schläte etwas missplappt. Die Schläte fallen sind in einem comin'erlich. Sie möchte ein bisschen schwer, wir müssen uns auf unsere Schenken auf die Schenken. Die Schenken schenken, mit einer Schenken. Wir fischen hier ganz gut, also warum die Trudiane hier in riesen Stücken und so das Ding nicht tun? Die Idee ist, dass wir ein entire Tholian Flagship haben. Ich glaube, ich bin gleich noch nicht. Allianz, defend the Queen. Ah, verdammt, das hat er mir seine schöne Zuge. Wir fahren es doch gar nicht. Wir werden auch nichts verschoben. Das sind Anzeigefehler, eigentlich sind die Schilde hier oben, aber die sind nicht zu sehen. Alter, kann er in die Richtung Feuer, in jede Richtung mit diesem Scheiß feiern? Ist ja übel. Ich dachte, er kann doch nur nach vorne. Hat dann eingesetzt. Ach, wende das Scheißschiff. Na, wenn ich noch ein Teil der Scheiß, bewege ich das in die Flügel. Fehlendig. Langsam. Rechtzeitig. Ja, nun, wende das Scheißschiff hier. Kann doch nicht so schwer sein. Na, geht doch. Wat ein Krampf. Was ist das? Ach so. Die sind doch noch alle bei einem Prozent. Die sind doch noch gut. Die kann man doch noch fliegen. Wir gehen mal ein bisschen Gas, damit wir ein bisschen schnell vorankommen. Diese komischen Kristallwesen hier. Können die sich nicht selbst helfen? Äh. Hier, ein Riesenschiff. Wat ein Klotz, weißt du? Aber so ein paar kleine Fregatten klein machen, geht nicht. Aber einen auf dicke Hose machen. Jetzt krieg ich mal ordentlich auf die Schnauze. Äh. Hab ich den Mund wohl zu voll genommen. So schnell kann's gehen. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Irgendwie das nicht schaffen, wer sonst. Meiner weniger. Ja. Ähm. Ähm. Hello? Ich hab schon die guten Schilde drauf. Ich frag mich, wie das wäre, wenn ich denn wirklich so ne... Ähm. Da fand ich in meiner Nähe. Scheiße. Da sind die Schilden unten. Uff. Ich hab grad noch so weggekommen. Ja, wir werden schon nicht auseinander fallen. Ich halte es... Das Schiff mit Spucke zusammen. Das wird schon. So. Das wird ein Volltreffer. So allmählich geht's voran. Okay. Ja, ich weiß nicht. Die Todianer und die Föderation waren in den engen Lied spielen, glaube ich. Wenn ich immer schon über die Jahrzehnte auf die Schnauze gegeben. Oh. 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 Damit kann ich mein Schiff reparieren, falls ich mal. Diggen ist schade. Ich weiß nicht, dass ihr keine Idee habt, was hier passiert ist. Es gibt nichts an diesen Aliens in unseren Computern. Oder warum haben sie die Tholien, oder uns für das Thema. Die Sache ist, dass das Ding auch auf Deutsch ist. Die Problematik ist, manchmal sind die Übersetzungen so furchtbar, dass du am liebsten nur den Kopf im Sand stecken möchtest. Also, teilweise glaubt man, die haben dann irgendwie bei Google eingetippelt und geguckt, was rauskommt, beziehungsweise eingetragen, was rauskam. Also, ich würd' mal sagen, wir machen einmal den hier. Nicht jetzt. Alright, mach was du brauchst. Wir sprechen über alles, wenn das Schuss stoppt. Entschuldigung? Ja, 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 ja. Ich weiß... Ich weiß, es fühlt sich nicht gut, die Informationen von der Defiance-Kruhe zu halten. Aber glaub mir, es ist für das Beste. Ich werde die Situation hier monitorieren, während du die Tholians assistieren. Ich weiß, es fühlt sich nicht gut, die Informationen von der Defiance-Kruhe zu halten. Aber glaub mir, es ist für das Beste. Ich werde die Situation monitorieren. Was wir tun können, um sie zu retten. So, los geht's. Die Frauen mit den Knappen... Rücken. Ähm... Wir sollen jetzt auf ein Tholianer-Schiff beamen. Äh... Die haben aber ne ganz schön eklige Atmosphäre, soweit ich mich erinnere. Genau. Wir brauchen so ne komischen Schutzanzüge. Drei... Wir haben das... Wir brauchen so einometric-Kruhe. Wir brauchen so einzuzeigen, dass sie28-Kruhe zu vermitteln. Wir brauchen so eini. Wir brauchen so eine interessante Eskaufgeräte. Ja, 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 wir werden's noch früh genug anstellen. Oh, weia! Was du willst, ich darf die dann nachher wieder... ach so, die hat noch keinen... Zurück anziehen. Also, wieder umziehen. Zieh ich sie alle aus? Also, beziehungsweise, ich zieh sie jetzt um und nachher darf ich sie wieder umziehen. Äh, naja, egal. So... Die können... Kann ich die eigentlich zu Knete umwandeln? Stimmt, wenn nicht viel bei raus. Ja, kommt wahnsinnig viel bei raus, gar nischt. Äh... Ein Fortun-Tropido-Launcher 2? Ach du, stimmt, wir... ja, Ausrüstung... Äh, ich vergesse nicht einzubauen. Ich bin ein Super-Captain. Ähm... Wie war das noch? Was hatte ich nochmal bei dem einen reingeschrieben in die Kommentare? Weit weg vom Pro... Äh, sehr weit weg vom Pro, ja. Ähm... Ich glaub, da ist meiner besser, wa? Ja... Doch, ich glaub, da ist meiner besser. Das ist eigentlich... äh... Ach so, das ist ein Warp-Kern. Sieht gar nicht aus wie ein Warp-Kern, keine Ahnung. Wird die mal einbauen? Ich mach dann mal... Gucken, ob sich dann irgendwas... Beim Schiff irgendwie... Ändert. Ist doch ein Warp-Kern. Stand doch dran, oder? Warp-Korn. Ja... Jetzt... Hattest du auf dieser richtigen... Aus Versehen auf die Schilde gezogen? Oder was war los? Egal. Äh... Ich hab hier noch... Ja, jetzt verbring ich die ganze Zeit damit, hier irgendwelche Sachen auszurüsten. Das wird die spannendste Folge ever. Ähm... Wir verpassen erst erstmal noch bessere Schilde. So, weil ich die nicht brauche. Dann schmeißen wir die hier weg. Weil ich die nicht brauche. So. Okay. Sehen wir... Alter, wie sieht der aus in seinem Anzug? Das kannst du doch nicht bringen. Na, Kleiner? Wann ist es denn soweit? Ähm... Ah ja, wir müssen ja die Schutzanzüge noch aktivieren. Ich sag mal, aktivieren. Sieht das nicht toll aus? Es ist... Alter... Hightech ohne Ende. Ich frag mich auch, warum die Haube bis nach hinten geht. Warum gibt's hier nicht vorne? Einfach nur so'n... So'n... Kleinen Bereich. Und es... Oder steigt man von oben hinein. Das wär's... Das wird es natürlich erklären. Alter Schwede. Na, gut. Okay. Dann... Wiemen wir... Nächste Folge rüber. Heute überziehen wir mal nicht. Heute bleib ich bei meinen 15 Minuten. Und zwar punktgenau. Äh... Aber bis dahin, glaub ich, hab ich noch ein paar Sekunden. Dann müssen wir noch irgendwelche Scheiße sammeln. So. Na, ich kann ja mal den hier weghauen. Oder bringt der Geld? Warte mal. Ja, ich mach das jetzt noch schnell. Äh, bringt auch kein Geld. So. Ein Äscher. Egal. Warte, nee. Nicht zurückkaufen. Mach ich noch mal ziemlich fein. Mach mal auch noch mal schnell. So. Ein bisschen Dill hab ich jetzt auch. So. Jetzt ist auch gleich die Zeit dran. Ich könnte natürlich auch rein theoretisch einen von diesen Anzügen kaufen. Vermutlich sogar anziehen. Den. Also den hier. Aber ich glaub, ich bleib stylisch gesehen bei dem hier. Der ist doch prickelnd. So. Jetzt wollte ich noch kurz gucken. Hm. Hm. Ich könnte Sachen upgraden. Okay, gut. Jetzt reicht's aber. Jetzt bin ich schon wieder sekundenweise drüber. Äh, das mit dem Upgrade werde ich vielleicht auch mal ausprobieren. Dann schick ich mal was drüber und upgrade das mal. Aber. Nicht jetzt. Weil hier bin ich ja mitten in der Mission. Da kann ich ja nicht mal switchen und so. Also. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Äh. Wo wir denn das Turianer Schiff betreten werden. Ich wollt schon sagen. Ohne Unschutzanzüge kannst du da doch nicht drüber. Gehst du drauf. Das war instant. Also gehst du eine Flammenaufmacht. Weg warste. Also. Gut. Jetzt reicht's aber. Denn, ne. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.